Hallo! Willkommen zurück beim Spieletest von Assassin's Creed Brotherhood. Wir haben hier gerade ein Quest angenommen und müssen das Pferd von diesem netten Mann hier, von diesem Mann, da seht ihr ihn, das müssen wir jetzt wieder zurückholen. Ich versuche das auch gleich spontan mal. Erstmal muss ich es suchen. Ah, da ist es auch schon. Jetzt wird die Aufgabe ziemlich leicht sein. Ich sprintle da mal los und spring. Mist. Naja, das wäre ja auch zu einfach, finde ich. Und deswegen geht es auch nicht in meine Bewertung ein. Bis jetzt gefällt mir das Spiel. Jetzt habe ich es. Das ist ziemlich knifflig. Ach, man muss B drücken. Ah, das ist ein Tipp wieder an die Spieler, die neu anfangen. Wenn man beim Pferd ist, muss man auf B drücken. Dann steigt man auf. So müssen wir jetzt hin mit dem Pferd. Wahrscheinlich in die Stadt. Gebiet in der aktuellen Erinnerung nicht verfügbar. Das verwundert mich jetzt. So geht es jetzt. Na ja. Ich kann nicht mehr mit den Pferden mithalten. Versprecht mir, dass ihr eure Gesundheit genießt. Verbringt nicht so viel Zeit im Krieg wie euer Onkel Magno. Meine Schlachten wurden bereits gewonnen. Na umso besser. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das heißt, tschüss auf Lateinisch. Habe ich gehört. Und ich habe ja auch Lateinisch, deswegen kann ich das. So, jetzt müssen wir zu diesen Ausrufezeichen auf der Minimap. Da gehe ich jetzt mal hin. Einmal hier. Dann kann man nicht hoch. Das fällt mir auch auf. Ich habe ja den zweiten Teil gespielt. Und da konnte man wirklich viel mehr klettern. Also an jeder Stelle. Das fand ich nicht so gut. Das finde ich hier ist eine deutliche Verbesserung. Und ja, das finde ich gut. Was muss ich da jetzt hin? Da unten oder wie? Wehtrücken. Ah, da ist er ja schon. Oh, das sieht so aus als müssten wir jetzt mit der Kanone schießen. Das interessiert mich jetzt. Sie scheinen nicht richtig zu funktionieren. Und der Idiot, der sie montiert, ist verschwunden. Dann liegt es an mir, ihn zu finden. Das ist kein Problem. Da sehen wir wieder das Witzefeuerwerk. Ja. Okay. Also den müssen wir jetzt suchen, den Ingenieur. Der wird wahrscheinlich, darf der auf dem hellblauen Punkt sein. Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Ich kenne da eine Abkürzung. Da soll man drunter springen. Und wenn man drunter springt, muss man A drücken. Dann verliert man kein Leben. Ist das nicht gefährlich? Das ist es nicht. Ja, da darf man keine Zivilisten töten. Weil man sonst desynchron... Desynchron... Nein. Ähm... Desoliert wird. Und das heißt, dass man nicht mehr in der Erinnerung von Desmond ist. Und deswegen wird man zurückgespult. Und muss halt die Aufgabe nochmal machen. Ah, der ist tot sehe ich. Der ist tot. Ist wahrscheinlich wirklich tot. Ich versuchte hätte. Der weiß nicht, dass er tot ist. Oh, der ist doch nicht tot. Der ist doch nicht tot. Ich repariere niemals vor dem Mittag. Wisst ihr, wie spät es ist? Ich mache Kanonen. Keine Uhren. Die Spur repariert für alle. Hahahaha. 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 Soldaten haben keinen Respekt vor der Artillerie. Sie erhalten Feuerwaffen für Magie. Hä, der ist ja durchsichtbar. Muss ich ein bisschen ermutigen. Derzeit haben wir nur einfache Kanonen hier. Aber ich habe einen Entwurf aus Franchia. Eine Handkanone. Man nennt es ein eisernes Handrohr. Wenn der wüsste, dass wir das auch haben. Ja. Das ist die Kanone. Da kann man jemanden anvisieren. Ähm, ich zeige Ihnen das jetzt einfach mal. Ähm, da drückt man einfach X. Und umso länger man drückt, umso, das sehen Sie auch schon im Stall, umso besser schießt man. Haben Sie gehört? Das war ein Schuss. Ähm, leider verletzt das den Ingenieur leider nicht. Ähm. Was habt ihr getan? Sie benutzt. Sie sind nicht bereit zum Feuern. Ihr hättet uns alle töten können. Lass mal sehen. Der ist ziemlich... Sein Atem ist tödlicher als unsere Kanonen. Puh. Nur wenn ihr beiden... Oh, das hat er gehört. Hier. Versucht es. Äh, das sieht so aus, als müsste ich das... Ja. Ja. Okay, ich denke, das wird ziemlich anschlussvoll. Sucht euch ein Ziel und prüft die Ausrichtung. Cool. Also das finde ich echt cool, das wird den anderen Spielern wirklich Spaß machen. Ähm, da fühlt man sich richtig eingebunden. Wie im Mittelalter. Ähm, ich weiß leider jetzt nicht, wo die Ziele sein sollen. Ah, da scheint was zu glänzen. Schießt er jetzt mal hin. Das war... Also diese roten Punkte auf der Minimap. Das sind wahrscheinlich die Treff-Zielgenauigkeitspunkte. Ähm. Und da müssen wir wahrscheinlich hinschießen. Suche ich das mal. Zielen. Oh. Da sehen sie den Kreis. Das ist der Radius, wo die Kanone einschlagen wird. Das war's... Ah, das scheint geklappt zu... Nein. Nein, das hat nicht... Ich geh mal ein wenig höher. Ah, jetzt hat's geklappt. Ähm. Ähm. Sie müssen auf die, ähm, blinkenden Bäume, ähm, zielen. Dann gehen sie kaputt und das ist ihre Aufgabe. Das mache ich jetzt schnell. Die Lenkung ist ziemlich langwierig. Ähm. Das ist jetzt aber nicht so schlimm, weil eine Kanone ist ja auch ziemlich schwer und dadurch kommt das Echtzeitgefühl rüber. das finde ich sehr gut. Und sie sehen auch, dass ich hier einzeln nach den anderen katapultiere. Ähm. Das zeigt wieder unsere Erfahrung. Ähm. Da werden sich Spieler sehr schwer tun, schätze ich. Ähm. Wenigstens einer hier weiß, wie man sieht. Da wünsche ich ihnen auch viel Glück. Ich muss gehen. Jetzt muss der Ezio gehen. Danke für eure Hilfe. Wenn ihr morgen Kanonen hört, keine Sorge. Wir üben bei Tagesanrufen. Schade, dass es euch nichts regeln wird. Sehr lustig. Nun repariert die zweite Kanone. Also gut. mänkigst. Nein. W beslut.